so hallo zusammen herzlich willkommen zu einer neuen folge die zwölfte zum thema the dark night system in theorie und praxis das ist schon weitchen her dass ich hier die die letzte folge aufgenommen und gesendet habe und das wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen bisschen verstärken und in kürzerer abfolge hier auch praxisbeispiele so aus der aus der gelebten online amateur praxis vorstellen zu unserem beliebten eröffnungssystem so dark night so dark night system mit anderen worten springer c6 im ersten zug gegen fast alles gegen e4 gegen d4 gegen c4 gegen springer f3 im ersten zug springer c6 zu spielen und da habe ich jetzt gerade frisch zugegebenermaßen zwei blitzpartien ausgesucht oder gespielt in diesen tagen also ganz frische und das sind allerdings blitzpartien die mit müsste eigentlich auch angezeigt sein aber ich habe es noch im kopf mit fünf plus fünf bedenkzeit gespielt worden sind warum wird das eigentlich nicht angezeigt ist noch nicht so genau steht offensichtlich in den pgn dateien da die die von dem portal chest tempo kommen steht die bedenkzeit offensichtlich in den text nicht mehr drin deswegen sage ich das waren fünf plus fünf partien also fünf minuten für jeden spieler grund bedenkzeit und fünf sekunden inkrement pro zug das ist schon vergleichsweise viel im online-schach ist das sogar sehr viel das ist schon fast neigt sich schon fast richtung schnell schach wenn ich sage chest tempo und dann sagt vielleicht manch einer er ist das denn der chest tempo.com ist eine weniger bekannte schachseite im internet weniger bekannt heißt es hat sich jetzt ja wirklich in den letzten jahren auf die beiden großen ganz großen größten portale chest.com und liches eingeschossen oder konzentriert die sind in corona zeiten explodiert mit den spieler zahlen und die anderen sind auch denke ich mal ich habe das noch nicht verglichen aber ich denke auch ein bisschen gewachsen aber nicht in dem maße und man braucht ja auch ein paar spezialitäten die die beiden großen portale nicht haben um sich dann davon ein bisschen abzuheben und bei chest tempo ist das so dass das eigentlich eine seite ist ein portal ist wo man auch online spielen kann aber dass die versteht sich eigentlich als training seite also sie haben sehr viele tools schacht tools möglichkeiten taktik training und ähnliches zu betreiben da werden glaube ich gar keine turniere nicht gar nicht gesehen gar keine turniere gespielt aber man kann auch freie partien dort spielen und das ist gar nicht schlecht also das gameplay ist vergleichsweise aufgeräumt man kann nicht so viel einstellen ich habe bisher noch nicht herausgefunden wie man die farbe des brettes ändern kann aber es läuft jedenfalls stotterfrei und recht gut spielbar das kann man ja nicht von allen anderen portalen sagen und mal zwischendurch auch eine partie auf einem anderen portal zu spielen da ist chest tempo sicherheit eine gute wahl aber man wird vor allen dingen diese seite benutzen um dort ja durchaus engagiertes schachttraining zu betreiben das ist jetzt also keine bunte munter poppige seite die vor allen dingen videos präsentiert wo man sich dann zurücklehnen kann und sich berieseln lassen kann oder auch kann natürlich auch ein video wie hoffentlich das hier auch ja engagiert betrachten und seinen nutzen daraus ziehen als schon für aktives training gedacht die seite so lange rede kurzer sinn jetzt hier geht es ja um theorie und praxis in partien und nicht um das die analyse einer seite aber chest tempo dot com jetzt oben im kleingedruckten der der partie oder in der in der zeile unter den spieler namen wie die seite auch heißt wer die noch nicht kennt schaut es euch durch mal an oder blättert mal in meinem kleinen schachbuch online schach für amateur und hobby spieler da ist auch sind auch zwei seiten kurz vorstellung und da hat sich auch seit 2019 2020 seit der letzten ausgabe des buches auch jetzt nicht so viel daran geändert was die grundphilosophie angeht so und da hatte ich halt dieser tage heute und gestern zwei ich glaube ich war sogar beide heute zwei ganz 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 nette partien mit dem dark night system die vor allen dingen dahingehend schön waren und spaß gemacht haben weil sie in schönen matt bildern endeten das ist ja auch nicht immer so der fall schauen wir mal die erste partie war da geht es gegen das dark night system gegen e4 e4 springer c6 auch bekanntlich bekannt als die nimmt zu mit verteidigung wir sehen es ja hier in unseren clips hier als bestandteil des größeren systems dark night system das eben nicht nur gegen e4 sondern auch gegen d4 das sehen wir in der zweiten partie oder auch gegen c4 und springer f3 gespielt wird hier ist es ja wenn man so will die klassische nimmt zu verteidigung und hier spielt weiß springer f3 und das ist statistisch gesehen tatsächlich auch die häufigste erwiderung bei großmeister sowieso großmeister die sagen sie schnee kommen d4 dass das ist es nicht inzwischen wissen wir dass das für für schwarz gar nicht so schlecht ist obwohl es natürlich die beste fortsetzung meines erachtens sein muss ja also auch wenn bin ich auch wenn ich ein erklärter verfechter und freund von aaron nimzowitsch bin also jetzt freund im sinne seiner freund seiner 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 sachvorstellung seiner sachideen der sogenannten hypermodernen schachschule die auch nach über 100 jahren immer noch so heißt würde ich jetzt hier trotzdem auch da gebe ich hier auch taras recht der aus dem grabe heraus sagen würde ja d4 was sonst also ich meine das das kann ja das kann ja nicht anders sein als dass dieses bauern zentrum die beste möglichkeit für weiß sein muss was kann also es widerlegt natürlich springer c6 nicht aber das muss ja eigentlich die objektiv beste der beste zug sein in der praxis das beste halte ich weiter springer c3 für für weiß insbesondere wenn man weiß jetzt hier nicht die theorie auswendig im kopf hat und es wird aber am allermeisten gespielt springer f3 und zwar auch schon auf dem amateur level im online schach wir haben hier ein weiß spieler mit einem rating von 1600 das ist jetzt natürlich schuldigung gehuset das ist natürlich nicht die welt aber ich kann die rating zahlen auf chess tempo auch nicht wirklich einschätzen und da rating zahlen ja bekanntlich relativ sind und nicht absolut relativ ihre aussagekraft nur in der in dem schach biotop haben in dem sie entstehen deswegen sind ja auch die die rating zahlen in der viele online arena also mit nichts zu vergleichen was sonst mit mit viele zahlen was zu tun hat ich habe hier zurzeit gerade auf chess tempo eine ein rating von 1941 das ist relativ hoch dort bei den im vergleich zu den spielern anderen spielern die dort unterwegs sind aber auch ich denke auch nur deswegen weil ich da längere zeit nicht mehr gespielt habe und wenn man dann 56 78 partien hintereinander spielt und die alle gewinnt dann springt das rating schon mal ein bisschen hoch ich sag das nur deswegen um zu sagen dass das darf man jetzt nicht überbewerten also jedenfalls zwei spieler jetzt nicht oberhalb der der des 2000er levels würde ich jetzt mal sagen zweiten springer f3 d5 meine empfehlung weiterhin die skandinavische variante im dark night system gegen e4 da gibt es ja genügend christian bauer der sagt d6 müsste es eigentlich sein natürlich kann man weiterhin auch mit e5 einfach durch zukumstellung in normale geschlossene stellungen übergehen das ist weiterhin nicht verboten und auch keine kein nichts wofür sich schwarz entschuldigen muss denn wenn man diese zug folge wählt hat man zumindest königs gambit mittel gambit und was es sonst so an absurditäten gibt läuferspiel wiener partie umgangen ja also dann wird es ja voraussichtlich spanisch oder italienisch weitergehen aber man könnte sich in der vorbereitung von schwarz eben auch all die anderen dinge sparen also nur wenn es mal e5 sein muss wenn man nicht so viel riskieren will nichts gegen zu sagen wenn man dagegen so richtig was riskieren will und die hütte soll brennen im zweiten zug ja dann f5 das sogenannte karneval gambit haben wir aber hier in der partie nicht sondern hier haben wir die skandinavische variante die ich auch für ausgesprochen seriös halte und wo weiß in aller regel schlägt auf d5 das gibt es auch haben wir schon im anderen clip auch schon mal behandelt wird auch in der praxis bei mir auch immer wieder mal vorkommen aber in neun von zehn fällen wird hier geschlagen ich schlägt die fünf und da haben schlägt die fünf zurück jetzt der naheliegende und auch am häufigsten gespielte zug springer c3 und die dame muss ziehen die schwarze da steht sie angegriffen muss ziehen damit die sechs das ist das von mir zur zeit und und schon seit einigen jahren die bevorzugte fortsetzung die theorie sowohl andrew martin in seiner dvd zur nimmt so mit verteidigung als auch christian bauer in seinem in seiner dvd und seinem buch beschäftigen sich ausnahmslos hier mit da man nach a5 und dann ist für schwarz alles gut wenn weiß nicht läufer b5 spielt spielt er aber läufer b5 kommt man mit schwarz laut der analysen dieser beiden ja nun sehr fähigen herren sehr kompetenten herren kommt schwarz zu problemen oder gerät schwarz in probleme so herum formuliert ja das ist dann für ein großmeister wie bauer der grund gar nicht erst im zweiten zug d5 zu spielen sondern hier die sechs zu spielen das ist der grund warum er die die skandinavische variante mit d5 nicht so gerne nicht so gerne sieht während für andrew martin der mehr als als ziel dann eher den 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 amateurspieler vielleicht den den vereinsspieler den den club player im blick hat der auch da mal mehr risiken eingeht oder sagt fehlerfreies spiel kriegen ich und kriegt mein gegner sowieso nicht aufs brett also kann man ja auch mal eine unbalanced position wie martin das so schön nennt eingehen sagt ja kann man machen ja auch wenn es objektiv schwierig werden könnte für schwarz aber das ist gar nicht meine vorgehensweise sondern meine vorgehensweise ist nach springer c3 damit die sechs zu spielen so und hier in der partie jetzt verzichtet weiß auf d4 verzichtet weiß auf läufer b5 verzichtet weiß auf das sehr aggressive springer b5 und wählt stattdessen läufer e2 also eher zurückhaltend aber das ist ja kein ist ja kein verkehrter ansatz man kann davon ausgehen dass weiß diese stellung wieder wie das so oft ist wenn man mit schwarz das dark net system spielt dass der gegner der weiß spielende gegner eine stellung dann aufs brett bekommt ihr nicht kennt die ja möglicherweise tatsächlich vielleicht sogar noch nie auf dem brett hatte weil ja die ersten züge schon die ersten züge sehr ungewöhnlich sind und er der weiß spieler dann ja auf sein auf auf sich allein gestellt ist also er kann zumindest nicht auswendig gelernte varianten als hilfe hinzuziehen und sich erinnern weil es gar nicht kennt und dann kommt der gesunde schachmenschen verstand ins spiel und den will man ja sowieso irgendwann kommt der sowieso in der partie und hier kommt er eventuell ein bisschen früher und da sagt sich jetzt weiß ich spiele läufer e2 und entwickel erst mal den läufer zu ende und hoch ihre kurz und dann schauen wir mal ob ich dann mit d4 oder mit d3 weitermache und denn wenn das alles nicht so gut ist was schwarz da spielt die vermutung hat weiß ja vermutlich schon im ersten also meistens schon im ersten zug dass dieses springer c6 und dann jetzt auch so eine art pseudo skandinavisch wo die dame ja aber auch auf d6 ja kennt man schon aber im skandinavischen steht ja normalerweise der springer nicht auf c6 weil er ja hier den 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 c-bauern blockiert dass ich weiß denkt also eigentlich müsste ich ja positionell eher besser stehen und das muss ich ja jetzt nicht durch irgendwelche wilden taktischen überfälle wie springer b5 übertreiben weil da kennt sich ja vielleicht schwarz besser aus also wirklich erst mal in ruhe weiter das ist ja richtig wenn sich weiß etwas zurückhaltender entwickelt vielleicht sogar auch nicht d4 anpeilt sondern auch vielleicht an der nächsten züge erst mal d3 spielt schwarz muss ein bisschen vorsichtig sein mit einem zu frühen zu forschen e7 e5 was ja eigentlich naheliegend ist vielleicht sogar schon jetzt in dieser stellung in der praxis bin ich damit schon öfter als es mir lieb ist auf die nase gefallen denn und das auf die nase fallen lief dann so ab dass sehr früh der mögliche e7 e5 vorstoß kam weil weiß auf d4 verzichtete und deswegen hier kein bauer auf d4 stand das aber schwarz zu lange mit dem könig in der mitte dann geblieben ist also um hier jetzt in die kurze rochade zu gehen da müssen ja noch zwei leichtfiguren entwickelt werden und der dritte zug ist dann erst die kurze rochade und zwar nachdem man e5 gespielt hat für die lange rochade müsste nur der läufer entwickelt werden aber will man wirklich man will nicht immer lang rochieren in der in der in dieser variante in der skandinavischen variante das dark night system gegen e4 kommt das allerdings sehr häufig vor aber man will es freiwillig machen und nicht als flucht ja und wenn der bauer sehr früh auf e5 steht der der schwarze e bauer und weiß es schafft jetzt sehr schnell kurz rochade turm e1 dann kommt ein d2 d4 das man eigentlich gar nicht mehr auf seiner rechnung hat als schwarzspieler weil man ja mit e5 hier einen bauern stehen hat der ihn ja wegschlagen kann dann kommt dieses d2 d4 doch öfter als man denkt und auch unangenehm denn wenn dann zu dem zeitpunkt der schwarze könig noch in der e linie steht die sich ja dann öffnen würde durch e5 schlägt d4 dann kann es unangenehm werden daher neige ich in der praxis dazu e7 e5 nicht so früh zu spielen wie es geht das habe ich über längeren zeitraum gemacht und das hat sich eher nicht bewährt ich sage es mal so ohne jetzt eine klare zugfolge da angehen zu können aber aus den genannten grundsätzlichen überlegungen bin ich da jetzt etwas zurückhaltend wenn weiß nicht sehr früh d4 spielt nicht die erste gelegenheit zu nutzen um selber e5 zu spielen stattdessen jetzt läufer f5 eine bedenkenswerte alternative ist a6 was man ohnehin gerne spielt um das feld b5 den weißen leichtfiguren also insbesondere den beiden wegzunehmen und was natürlich bei so einem ruhigen Aufbau von weiß auch mal noch die zeit dafür hat also a6 durchaus eine überlegenswerte alternative die maschine die engine gibt a6 den vorzug vor vorläufer f5 aber läufer f5 ist natürlich als entwicklungszug der auch mal so ein bisschen nach c2 zielt ja so ein bisschen auch in Verbindung dann mit einem Springer b4 ja natürlich alles nichts zwingendes oder wirklich gefährliches weil weiß es ja im Zweifelsfall mit d2, d3 blockieren kann aber das wäre dann ja durchaus auch im Sinne von schwarz weil wenn der weiße Bauer statt nach d4, d3 zieht um einen eventuellen Angriff auf c2 abzuwehren ja dann sagt sich schwarz wunderbar also es kann bedrohlicher kommen ruchiert kurz, setzt den Plan fort und verzichtet eben auch jetzt auf d4 was jetzt durchaus ja noch möglich gewesen wäre und schwarz ruchiert jetzt lang aber freiwillig also jetzt nicht irgendwie als Flucht und ja das ist im Grunde genommen jetzt schon durch so einen zurückhaltenden Aufbau von weiß kann man sagen dass das eine ausgeglichene Stellung ist würde ich denken gut Maschine sieht es ähnlich aber die Maschine sagt ja bekanntlich nie warum das ist das Dumme an den Engine Bewertungen sehr selten wird es erklärt warum warum ist das denn jetzt Ausgleich oder würden wir uns wundern wenn jetzt statt 0,0 bei der Bewertung jetzt plus 0,4 oder minus 0,2 stehen würden also das mit den Engines für taktische Analysen ja aber ansonsten muss der eigene muss der eigene gesunde Schachverstand her so und weiß spielt jetzt hier d3 das wird jetzt langsam langsam dann doch ein bisschen zu zurückhaltend also kann man so spielen aber dann hat man eben auch als Schwarzer keine Probleme also da kann man auch ruhig mal die simple die simple Zählung anbringen jetzt nicht Bauern zählen sondern zu gucken naja wie weit wie weit vorgerückt ist eigentlich das weiße Personal oder wenn wir es mal noch militärisch betrachten wie ist denn der Angriffsaufbau des Weißen Heeres und da sehen wir keine einzige Figur ist über die dritte Reihe das sind hier die beiden Springer und der Bauer auf D3 das ist das was am weitesten vorgerückt ist weil der Bauer E4 der ja im ersten Zug bis dahin kam der ist ja abgetauscht worden auf skandinavische Art und Weise das heißt da ist dritte Reihe gut der schwarz kann man sagen hat auch nur einen auf der vierten Reihe aber ist immerhin einer mehr und und es ist schwarz also wir sind ja immer noch dabei dass das wir sind wir haben gerade den siebten Zug von Weiß gespielt aber wir befinden uns noch in der Eröffnungsphase in der Weiß eigentlich dadurch allein dadurch dass Weiß die Partie ja anfängt den Aufschlagvorteil wie beim Tennis hat ja noch im Vorteil sein müsste ist aber jetzt schon nicht mehr jetzt E5 jetzt geht's vergleichsweise gefahrlos also E5 ähm später zu spielen ist richtig ist halt nicht zu früh zu spielen oder man gucken muss ist es mit Risiken verbunden und jetzt wo der König nicht mehr in der E-Linie steht der Schwachze kann man E5 grundsätzlich spielen ähm da äh äh passiert nicht viel also sagen wir so da sind keine großen Risiken mehr mit mit Fesselungen und mit Vorstoß des weißen BD-Bauern der dann den E5 unangenehm weghebeln könnte äh mit verbunden Turm E1 ja naheliegender Zug ja auf die E-Linie ja F6 ist ebenso naheliegend also das ist eigentlich ein typischer Zug finde ich äh empfehle ich mit mit F6 äh die äh den Bauern E5 äh massiv zu stützen zum einen ja da müssen sich hier die beiden die decken ihn auch noch weiter mit dem Bauern äh E5 aber sie müssten es jetzt im Moment auch nicht tun äh und es bereitet äh G5 vor auch ja weil es ist ja es ist durchaus schon so gedacht die entgegengesetzten Ruchaden äh die lange Hochhade von Schwarz äh daraufhin abgezielt dass beide Seiten versuchen werden jeweils die gegnerische Königsstellung mit einem Bauernsturm anzugreifen ne und das ist dann eben G5 das erste naheliegende H5 und so weiter und auf der anderen Seite ist es dann vermutlich A3 und B4 oder so aber das geht jetzt am weißen Damenflügel auch etwas langsamer als sonst äh auch äh oder gerade auch weil dieser Bauer D3 das doch ein bisschen blockiert ne so ein bisschen ein bisschen hemmt also da wirkt jetzt ja hier kein äh weißfältiger Läufer mehr äh Richtung B5 oder A6 oder wie auch immer auf den auf den auf den Damenflügel rüber so und weiß will jetzt eigentlich er dann schon entlasten ne Mitspringer H4 äh weiß will äh der sich der sich dem Angriff äh dem Drohnenangriff entgegenstellen und diesen gar nicht so schwarzen Läufer gar nicht so schwachen schwarzen äh weißfältigen Läufer abtauschen und äh das will schwarzen natürlich nicht jedenfalls nicht gegen den Springer ja und zieh den zurück ne gegen den Springer will man sich den Läufer natürlich nicht tauschen ja und jetzt äh 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 den weißfältigen Läufer äh weiß will sich entlasten äh also auch das schon klarer Beleg dafür dass das Schwarz äh mit der Eröffnung äh bestens zufrieden sein kann äh den Eröffnungsnachteil der immer da ist wenn man eben mit Schwarz nicht anfängt äh bereits ausgeglichen hat und jetzt mal gucken kann wie es weitergeht ne Läufer G4 und äh ja einfach stehen lassen und G5 spielen ne der Läufer auf E6 hier der ist ja gedeckt ne da passiert ja nichts und mit G5 naja also entweder äh weiß schlägt jetzt äh sofort auf E6 mit Schach ne das geht ja weil das ja dann mit Schach geschlagen wäre da muss man ja erst hier zurückschlagen ähm oder aber und das passiert in der Partie äh Springer F5 was ja auch Sinn macht ne greift die Dame an und lädt Schwarz nochmal ein äh ja mit dem Läufer auf F5 zu schlagen und dann stände ja hier der der weiße weißfelderige Läufer der dann auch noch mit Schach zurückschlagen würde ne geht ja dann hier König steht ja auf C8 dann im Schach ähm ständt der ständt der da ja eigentlich eher gut ne und äh der Abtausch wäre zum Vorteil für für ähm für Weiß das will Schwarz nicht und zieht deswegen die Dame nach D7 und da steht so ohnehin also das kommt öfters vor dass die Dame äh also in dieser Variante in der skandinavischen Variante kommt es öfters vor dass die Dame nicht allzu lange auf D6 bleibt dass sie vertrieben wird das passiert ja auch wenn ein Springer auf B5 erscheint ne der der zielt ja dann auch nach D6 oder ein Springer erscheint auf E4 der die Dame dann auch nochmal vertreibt und zieht sie halt einfällt zurück nach D7 es gibt auch Stellungen wenn noch nicht ruchiert wurde wenn vor allen Dingen nicht lang ruchiert wurde dann zieht die schwarze Dame nach D8 das ist ja alles möglich das gibt's alles so der Springer geht jetzt zurück nach E3 weil auf F5 hat er ja jetzt gehangen ja und jetzt äh stößt man mit dem äh mit dem Bauern F5 hinterher ne und ähm jetzt steht Schwarz bereits deutlich besser also diese Springer diese Leichtfigurenzüge von Weiß am Königsflügel Springer H4 Läufer G4 Springer F5 mit der mit dem Versuch äh mit der Absicht zu tauschen den Läufer von Schwarz abzutauschen das hat in zweifacher Hinsicht nicht funktioniert der Tausch hat nicht stattgefunden und äh die die Bauern die schwarzen Bauern hier äh sind im Grunde genommen mit Tempo äh weiter nach vorne gerückt ja und jetzt muss der Läufer wieder zurück und die ganzen Züge die letzten Züge äh haben nur dazu geführt dass der Springer von F3 äh nach H3 gewandert ist ne und da müssen da müssen Springer ja schon zwei Züge aufwenden um auf ein Nachbarfeld zu kommen und äh auf der anderen Seite dass Schwarz äh seine ähm den F und den G-Bauern bereits in Angriffspositionen gebracht hat oder zumindest ähm zwei Felder weit jeweils nach vorne stoßen konnte klarer Vorteil so äh dass der durch den Vorstoß des F-Bauern hier dass der E-Bauer jetzt nicht mehr einen Schutz hat und auch von der Dame keinen Schutz mehr hat die stand ja vorher hier ne das macht gar nichts ne der 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 Schutz durch den Springer C6 reicht völlig aus vor allen Dingen weil der schwarze E-Bauer ja überhaupt nicht angegriffen ist im Moment ne der der Turm würde ja gerne aber der hat zwei eigene Figuren vor sich und kann auch nicht mal bis dahin gucken und selbst wenn er es täte würde der die Deckung durch den Springer C6 vollkommen ausreichen Springer F6 weiter munter entwickeln Springer F1 der Springer steht auf E3 ja nicht wirklich gut ja der zieht jetzt ein ein Feld zurück und ähm will damit soll ein Tempozug sein äh um dem Läufer C1 den Angriff auf den Bauern G5 zu ermöglichen der schwarze dann einfach vor weil da kommt das Wort Bauernsturm ja her die Bauern stürmen die wollen nicht auf halber Strecke stehen bleiben sondern äh die haben das Ziel vor Augen und das Ziel äh steht hier und äh hat ein Krone auf dem Kopf ne ja gut das erste Ziel für die Bauern sind die weißen Bauern die vor dem weißen König stehen ne gegen die wollen sie sich ja tauschend wenn man so will äh aufopferungsvoll im Tausch gegen ähm weiße Bauern äh die in den äh Linien öffnen ne gern auch Diagonalen ähm um dem König seinen Schutzpanzer wegzunehmen Läufer G5 naja hab ich ein bisschen überlegt zwischen Läufer G7 und Läufer E7 aber dann war es dann doch auch relativ klar dass Läufer E7 der richtige Zug sein muss und ähm ja weiß versucht irgendwas zu machen jetzt ne also ich meine es droht ja es droht ja äh weiter vorzustoßen H6 H5 ne Turm nach G8 H4 G3 was auch immer und äh das verleitet dann dazu wenn man eben keinen Gegenangriff findet ja ähm und ein Gegenangriff hätte sein können oder eine Idee für einen Gegenangriff hätte jetzt sein können das hier mit der Idee Läufer schlägt F6 Läufer schlägt F6 Springer C5 Doppelangriff auf Dame und Läufer und dann äh ne weil dann steht ja der Läufer E7 nicht mehr da der steht ja dann auf F6 der überdeckt das Feld C5 nicht mehr und äh dann könnte man den weißen Springer äh von A4 über C5 gegen den äh Läufer auf E6 tauschen und ähm weiß hätte sich ein bisschen entlastet deswegen hätte man auch Springer A4 vermutlich mit Schwarz äh B6 gespielt äh damit das hier nicht geht äh damit er da nicht hinkommen kann äh aber äh weiß wählt eine andere Fortsetzung und versucht mit F3 selber zu bestimmen wo denn äh und wie denn äh Bauern getauscht werden äh aber im Grunde genommen ist es ja immer so ne wenn man ähm ähm äh ein Vorziehen der der Bauernreihe vor dem rochierten König ist eigentlich fast immer eine Schwächung dieser Bauernreihe äh also eigentlich will der Angreifer den Hebel ansetzen äh und der Verteidiger versucht den Hebel so lange wie möglich zu vermeiden hier zieht Weiß mit F3 äh selber äh vor und erzeugt einen Hebel ne das hier ist ja bekanntlich ein Bauernhebel in beide Richtungen natürlich ne also H5 äh Quatsch G4 F3 äh ist äh oder F3 G4 den Hebel kann man nennen wie man will äh es ist eben ein Hebel der äh eigentlich will Weiß oder will die verteidigende Seite keine Hebel bilden sondern Widder ne also eigentlich will Weiß dass die Bauern sich gegenüberstehen frontal und dass keiner am anderen vorbei kann weil das äh verhindert dann dass sich Linien Linien öffnen gut äh schlagen natürlich eher nicht ne weil äh das wäre dann wäre ein ein Abtausch äh eher zum Stellungsvorteil von Weiß erfolgt aber H5 ne H5 deckt den G4 nochmal F3 schlägt G4 und H schlägt G4 so und jetzt haben wir das äh eine Linie ist geöffnet halboffen ne wie man so schön sagt der Turm H8 guckt schon mal nach H2 ist an sich schon bedrohlich genug aber der Springer F1 sagt sich jetzt vielleicht oder Weiß Weiß sagt sich der Springer F1 der sollte da zwar ursprünglich nicht hin aber jetzt wo er da steht da tut er wenigstens was ne und überdeckt den ansonsten ja sehr heiklen Punkt H2 der ja sonst nur vom König gedeckt wäre ja sagt er sich bringt es ja vielleicht sogar noch was ne auf der anderen Seite hat dieses ähm dieses Vorziehen des F-Bauern äh und das Verschwinden des F-Bauern hier natürlich auch hier eine Diagonale zum König geöffnet ne und zwar sehr äh und da dem König die Fluchtfelder in diese Richtung genommen sind ne muss es dann quasi schon müsste er nach Schachs auf diese Diagonale nach H1 gehen und dann tut das ja mit einem mit einem vulnerablen Punkt auf H2 ja noch ein bisschen mehr weh und das werden wir auch gleich sehen wie das in wenigen Zügen jetzt tatsächlich auch so zusammenbricht da mit C1 ja da fällt auch ja man kann jetzt sagen es fällt ähm es fällt Weiß nicht viel ein aber äh natürlich das hier war jetzt schon auch in der Luft ja und ähm versucht jetzt womöglich dann die Möglichkeit zu schaffen hier wieder den Punkt E3 noch ein bisschen mehr zu überdecken äh damit der äh der Springer F1 nicht überlastet wird weil der muss ja das Feld den Punkt E3 ein bisschen mit überdecken aber er muss natürlich vor allen Dingen den Punkt H2 überdecken und beides könnten zu einer Überlastung führen aber Weiß Schwarz spielt einfach E4 und schließt zum einen die Diagonale zwischen diesen beiden Figuren zwischen der Dame und dem Läufer ab und äh drückt heftig auf das Feld ähm E3 das heißt jetzt droht jetzt zum Beispiel schon mal sowas hier ne so ein Läuferschach recht unangenehm äh anschließend gegebenenfalls noch hier Verdopplung und Schlag mich tot aber es kommt noch schöner Springer E4 will durch Abtausch wieder entlasten das war wenn man so will der Nachteil dieses Vorstoßes F5 F4 dass das Feld E4 jetzt für den weißen Springer der auf C3 ja sonst nicht viel tut der würde sich also liebend gerne gegen eine angreifende schwarze Figur abtauschen was jetzt auch passiert schlägt jetzt tauscht Weiß weiter ab ne und ähm denkt sich vielleicht sogar puh ne zwei Leichtfiguren abgetauscht da steht es ja schon sieht es ja schon mal ein bisschen besser aus aber nein das funktioniert nicht äh es gibt nämlich jetzt ein wunderschönes Matt da mit D4 Schach jetzt kommt diese Diagonale zur Geltung König H1 und jetzt gibt es mehrere Wege die nach äh quasi nach Rom führen und das schönste ist äh und das ist natürlich leicht zu finden ja äh das Turmopfer auf H2 also es ist insofern leicht zu finden auch in der Blitzpartie erst recht mit 5 Sekunden Inkrement weil ähm das ja ein Motiv ist das äh viele Schachspieler äh da muss man ja kein Meister für sein ja kennen das hat ja schon ein bisschen was auch von ersticktem Matt ja ähm und nach solchen nach solchen Motiven sucht man ja dann wenn man wenn man so eine Stellung hier wenn man so eine Stellung sieht dann schaut man ja schon Moment ne Dame äh blockiert das Feld G1 aber vor allen Dingen hier steht ja noch ein Springer der ist ja noch nicht geschlagen der ist ja noch nicht zurückgeschlagen ne der hat auf E4 geschlagen dann hat Weiß zwischengenommen hier unten auf E7 das heißt der schwarze Springer ist noch da ne der ist noch nicht D3 schlägt E4 hat noch nicht stattgefunden und damit ist natürlich auch äh der Springer Richtung F2 oder jetzt gleich Richtung G3 äh äh Träumchen ne so und äh genau so kommt es dann jetzt auch dann findet man Turmopfer schlägt H2 wenn jetzt der König zurückschlägt ja dann kommt Turm H8 ne dann kann der König nicht mehr weglaufen weder hier rüber noch hier rüber und dazwischen ziehen könnte nur noch er hier und dann wird es mit ähm mit Turm H4 matt aber noch schöner ist dass auf dieses Turmopfer schlägt H2 der Springer schlägt und äh jetzt ist Springer G3 matt ne der Springer wird durch das Turmopfer auf H2 abgelenkt der hatte ja von äh ähm F1 aus G3 noch unter Kontrolle aber er er kann nicht alles machen also letztlich ist es da auch hier ist die Lösung eine eine Überlastung aber nicht äh die Felder E3 und H2 sondern die Felder G3 und H2 äh waren es die der weiße Springer von F1 überdecken musste und das konnte er nach dem Turmopfer auf H2 nicht mehr und damit öffnet sich für den Springer dieses wunderschön also ich hab sowas immer wieder gerne also ich find sowas schön selbst wenn mir das passiert selbst wenn ich jetzt in der Ecke stehe mit dem mit dem König und mir widerfährt ein solches Matt dann äh bin ich natürlich nicht begeistert und sag ach wie schön dass mich einer so schön matt gesetzt hat aber ich sag der hat mich schön matt gesetzt also ja also schön ästhetisch ähm ist das ist das auf jeden Fall ja das war ein schneller äh wenn man so will Überfall äh äh Angriff äh im Dark Knight System mit äh äh mit E4 äh typ eigentlich ein äh typischer typischer Verlauf bis ähm so hier hier beginnt jetzt die äh der Defensive der zurückhaltende Aufbau von Weiß äh das hängt nicht an einem Zug ja das hängt an mehreren Zügen die jetzt kommen die Läufer E2 Hochade ist ja richtig Hochade ist in dem Sinne ja noch nicht defensiv sondern ist ja ein vernünftiger Entwicklungszug ne je früher umso besser aber das hier Läufer E2 in Verbindung mit D3 das ist dann schon sehr defensiv und ähm wir haben eben die typische Stellung von äh entgegengesetzten Hochaden die in der skandinavischen Variante des Dark Knight System häufig vorkommt und äh die hier nicht die übliche Schärfe hat ähm das ist üblicherweise eine scharfe äh Partie die die aus so etwas entsteht weil eben beide Seiten angreifen weiß am Damenflügel und schwarz am Königsflügel und dann gewinnt ja in aller Regel der äh dessen Gegner zuerst sich gezwungen sieht oder gezwungen wird zu verteidigen ja solange beide angreifen äh kann auch jeder der Erste sein der durchkommt mit seinem Angriff äh und äh wenn das dann droht dann muss irgendwann eine Seite mal anfangen statt weitere Angriffszüge zu machen einen Verteidigungszug zu machen und das ist häufig der Anfang vom Ende ähm natürlich nicht immer ne gibt natürlich immer besondere Konstellation und und Abweichungen aber ähm als Merksatz äh gilt das schon und eigentlich hat natürlich bei solchen scharfen äh Aufstellungen dann weiß zunächst mal einen Vorteil weil der Anzugsvorteil ja eben auch bis in diesen in diese gegenseitigen Bauernstürme hinein Wirkung zeigen kann hier eben nicht hier hat weiß seine äh Züge seine Eröffnungs- und Entwicklungszüge ich finde zu zurückhaltend gespielt und es dann eben ähm schwarz überlassen mit äh seinem Angriff Bauernangriff am Königsflügel äh voranzukommen ohne dass am weißen Damenflügel sich überhaupt irgendetwas äh irgendetwas gerührt hat auch hier diese Versuche dann den äh Leichtfiguren abzutauschen kosten Zeit äh ohne dass sie jetzt schwarz viel Zeit kosten nirgendwo so schöner als jetzt hier äh nach F5 zu sehen äh äh schwarz hat wenig Züge verloren äh erzwungen durch den Gegner und weiß dafür aber einige äh und zwar so viele dass der Anzugsvorteil jetzt schon weg ist und äh der der schwarze Königsangriff Gestalt annimmt äh bevor es am weißen Damenflügel sich überhaupt ein einziger weißer Bauer von A B oder C äh zu einem auch nur Stürmchen genannten Vormarsch ähm gegen den Schwarzen König in Bewegung setzt ne also eigentlich eine schöne instruktive Partie äh im ähm Dark Light System gegen E4 so am selben Tag äh haben wir auch noch eine zweite Blitzpartie gespielt mit derselben Zeitberechnung äh 5 plus 5 und dafür muss ich kurz das Fenster wechseln und zwar nach hier hin so ich kann kein Kirillisch deswegen kann ich den Namen des Gegners äh der mit A anfängt äh und dann irgendwie weitergeht äh nicht aussprechen ähm und ähm mit einem Wating von ungefähr 100 Punkte mehr als der äh Spieler aus der ersten Partie ging es jetzt hier mit D4 los äh das ist jetzt Dark Light System gegen D4 auch wieder Blitzpartie 5 plus 5 also 5 Sekunden Inkrement das ist schon ein richtiges Schach das man dann spielen kann das sage ich ja immer wieder also ja Blitzschach äh äh von Bullet wollen wir ja gar nicht reden ne aber äh entscheidend ist äh ähm weniger die Grundbedenkzeit pro Partie als die äh die Höhe des Inkrements ähm ich spiele ja zur Zeit auch sehr viel bevorzugt äh Schnellschach mit 15 plus 10 ja nicht nur weil ich dabei streame und deswegen man ganz froh ist wenn man ein bisschen mehr Zeit hat auch zum Erklären sondern wirklich mit 10 Sekunden Inkrement kann keiner gefleckt werden ja also außer außer ihm fällt äh die Maus vom Schreibtisch oder der Kaffeebecher kippt über die Tastatur oder irgendwas anderes was ein 10 Sekunden Drama auslöst äh man hat nur noch äh 10 Sekunden Inkrement pro Zug äh aber ansonsten kann man eigentlich nicht gefleckt werden d4 Springer C6 so Dark Light System gegen d4 ja hier gibt's auch wieder wie ihr das schon von den anderen Videos hier kennt nun nochmal zur Erinnerung mehreres den Bullen bei den Hörnern packen d5 Springer e5 natürlich ist vermutlich auch das stärkste wird aber seltener gespielt Springer f3 wird in der Praxis sehr häufig gespielt weil äh weiß dann sagt warten wir mal ab mal gucken wo der Hase hinläuft ne dann kann man natürlich mit d5 in die sogenannte Chigurin Verteidigung äh über äh überleiten ähm oder aber äh das was ich seit äh einiger Zeit probiere mit äh d6 äh etwas total Simples ähm nämlich ein frühzeitiges e7 e5 versuchen äh umzusetzen ist nicht nicht uninteressant nix nix für Großmeister bin ich mir sicher aber äh in der Praxis nicht uninteressant und vor allem in der Praxis mit großem Erfolg gespielt auf meinem Level oder aber das was hier in der Partie passiert äh und das ist äh c4 was ja eigentlich auch wiederum das naheliegendste ist wenn man nicht das sollte man noch ergänzend äh das eigentlich das aller naheliegendste ist natürlich eigentlich das hier und Überleitung in die Nimzovic Verteidigung äh wie wir sie eben in der ersten Partie äh auch so nicht auf dem Brett hatten ne weil er nach weil weiß da nach erstens e4 nicht zweitens d4 gespielt hat im Grunde genommen ist das jetzt äh würde jetzt Siegbert Tarasch wieder aus dem Grabe herausrufen ja selbstverständlich im zweiten Zug e4 und dieses perfekte Bauernzentrum bilden äh denn äh wenn die Stellung äh richtig ist nach e4 Springer c6 d4 dann ist sie nach d4 Springer c6 e4 genauso richtig weil es ja dieselbe Stellung ist aber das kommt in der Praxis super selten vor aus einem sehr simplen und sehr menschlichen Grund Spieler die erstens d4 spielen die haben keine Ahnung von erstens e4 weil sie sie auch nicht brauchen weil sie sagen ich spiele ich spiele geschlossene Eröffnungen äh allenfalls indische Systeme oder gegen indische Systeme Katalan ich weiß auch immer aber ich spiele nicht e4 und damit muss ich ja alles das nicht kennen äh und äh so jemand geht nicht freiwillig äh durch Zugumstellung in ein komplett anderes Eröffnungssystem also das ist schon fast eine Glaubensfrage dann ne da denke ich im Traum nicht dran durch Zugumstellung jetzt in in irgendetwas äh überzuwechseln das nach erstens e4 entsteht und deswegen ist äh c4 hier wie auch hier in der Partie ähm das was fast am wahrscheinlichsten ist dass das passiert weil vor dem ob's vor dem offensichtlichen Vorstoß das ist natürlich jedem Weißspieler klar dass Schwarz davon nicht überrascht wird und sagt ach herje hab ich ja ganz vergessen dass auch nach erstens Springer c6 der Springer sofort getreten wird da gehen sie ja davon aus dass er das weiß ja und vorbereitet ist und äh auf das vorbereitet ist oder man weiß noch gar nicht so richtig was passiert eigentlich hier ja was ist eigentlich was ist eigentlich mit dem ich hab das früher immer scherzhaft im Schachverein als ich noch im Schachverein war gesagt die Stärke der Grundreihe ne die Stärke der schwarzen Grundreihe soll nicht äh oder Grundstellung die Stärke der schwarzen Grundstellung sollte nicht unterschätzt werden das war natürlich immer ein Lacher ne weil das kann natürlich äh oder auch wieder Taras sagen kann ja nicht sein dass du zwei Tempi verschenkst und dass es dann gut ist ne ja aber vielleicht ist es nicht gut aber auch wiederum nicht so schlecht dass man es schwarz um die Ohren hauen kann ne vielleicht ist der also es gibt ja es gibt ja Positionen im ähm äh in der Nintsovic-Verteidigung beispielsweise da ist der Rückzug das beste ja im Grunde genommen fast das beste was es gibt ne äh die möchte ich dann doch nochmal zeigen wovon ich rede E4 Springer c6 war bis in die späten 70er frühen 80er Jahre des letzten Jahrhunderts äh äh als äh als falsch da stand ein Fragezeichen in den Büchern hinter Springer c6 ja das ist kein Witz wegen d4 d5 und Springer c3 diese äh Fortsetzung sollte die komplette Nintsovic-Verteidigung widerlegen ja Begründung d5 schlägt e4 Bauer zieht vor und nach Springer e5 brennt die Hütte heute weiß man dass die Hütte brennt aber äh sie brennt nicht zwingend zum Gewinn für Weiß das ist dann jetzt was hier passiert ist scharf aber Schwarz kann das spielen aber muss es auch kennen ja und es gibt deswegen zeige ich das in diesem Zusammenhang es gibt hier etwas wenn Schwarz sagt das will ich gar nicht die Hütte brennen ich will meine Ruhe haben äh und ich spiele auf Ausgleich und ich spiele auf Remi dann ist das des Rätsels Lösung Springer b8 das hat der Großmeister deutsche Großmeister Knark Robert heißt er mit Vornamen oder ne Rainer Rainer glaube ich Rainer Knark mit Doppel A hat da ein mal ein sturztrockenes ähm äh Video auf einer ähm auf einem Chessbase Magazin DVD dazu gemacht ähm und das ist in einer halben Stunde hat er das durchbuchstabiert und da weiß man es und er nannte das Rückzug zum Ausgleich also dieser Zugspringer b8 über den sich äh im letzten Jahrhundert kein Mensch Gedanken gemacht hatte äh ist tatsächlich einer der zu einer äh ausgeglichenen Stellung führt für Schwarz also da ist er da ist er die äh das die Kritik da dran dass man sagt naja damit kann Schwarz nicht auf Gewinn spielen ja gut das mag ja sein ne aber es gibt ja manchen Schwarz Spieler ähm äh Anish Giri zum Beispiel ne würde ich mal so sagen also wenn der eine todsichere Öffnung wüsste wo er mit Schwarz wahrscheinlich würde er sogar mit Weiß machen äh man sagt ihm ja nach dass er Remy König ist wo er ein Remy sicher hat ja die Wutte das nimmt er ne erst recht auch natürlich auf Großmeister äh Level wo er mit Schwarz spielender Großmeister wirklich zufrieden ist wenn er gegen einen gleich starken Gegner eine Remy erreichen kann also hier ist Springer B8 zurück äh tatsächlich äh eine Ausgleichsfortsetzung und mit nichten äh gequirlter Irrsinn gut wir kommen aber von hier und ähm hier äh die Partievorsetzung C4 so und hier kann man jetzt mit Schwarz zwei Sachen machen man kann also mindestens zwei Sachen die zwei Hauptsachen die man machen kann ist mit D5 in die Chigorin-Verteidigung überleiten ne das ist das auch wenn Schwarz wenn Weißspringer F3 spielt kann man auch mit D5 in die Chigorin-Verteidigung überleiten die geht dann würde dann möglicherweise so weitergehen das kann man auch gegen C4 das kann man dann auch und damit ist das Dark Knight System als eigenständige exotische Eröffnung zu Ende und die Chigorin-Verteidigung wird Bestandteil des Dark Knight System also so auch das System verstehen ja also äh es beinhaltet gegen E4 den ganzen Komplex Nimzovic-Verteidigung aber eben auch andere und gegen D4 beinhaltet es die Chigorin-Verteidigung aber eben auch andere ne also man kann wenn man die Chigorin-Verteidigung entsprechend gelernt hat und dass die seriös ist ne das wissen weiß man ja spätestens seit Morosiewicz damit äh diese Riesenerfolge und auch ein sehr gutes Buch darüber geschrieben hat also das kann man spielen man kann aber auch eben ein bisschen exotischer bleiben und ähm E5 spielen und das ist jetzt die eigenständige Welt des Dark Knight System jedenfalls noch ne da gibt es ja nicht so viel Theorie zu aber ähm das ist nicht uninteressant so und äh in den meisten Fällen äh setzt Weiß jetzt mit D5 und das ist ja auch das einzig kritische ja der Vorstoß D4 D5 wenn äh Weiß selber auf E5 schlägt oder den deckt ja geht die Partie natürlich auch weiter ja aber äh dann hat zunächst mal Schwarz weniger Probleme dass äh dann hat er erst seine mit E5 verbundenen ersten Ziele die ihm den Ausgleich näher bringen sagen wir es mal so vorsichtig erstmal erreicht D5 jetzt kommt das Läufer Schach auf B4 so hier gibt es die berühmten drei Möglichkeiten davon sollte Weiß die Finger lassen auf jeden Fall die Finger lassen weil das kann Schwarz spielen und jetzt muss Schwarz im Grunde genommen noch das Mittelspiel aushalten und im Endspiel äh im Endspiel darauf hinweisen äh dass diese Bauern vielleicht sogar schon im im Übergang vom Mittelspiel ins Endspiel darauf hinweisen durch eigene eigene gute Züge dass diese Bauern schwach sind und die werden auch nicht besser ja das ist völlig ohne Not das äh darf äh Weiß nicht machen dann kann Schwarz sich schon die Hände reiben dahingehend und er sagt jetzt habe ich auch sogar eine Chance die Partie zu gewinnen ähm das ist eine Möglichkeit um sich zu sagen irgendwann wirst du ja auf D2 schlagen mit dem Läufer von von B4 aus und dann habe ich das Läuferpaar als Weißer das ist richtig oder eben wie hier in der Partie Läufer D2 wenn der Läufer nach D2 kommt kann Schwarz nichts abwarten wenn der Springer nach D2 kommt kann Schwarz noch abwarten und den angegriffenen eigenen Springer S wegziehen und warten bis der Läufer B4 getreten wird bevor man auf D2 schlägt das geht nach Läufer D2 nicht dann muss er sofort zuschlagen tut er dann auch Springer D2 Springer CE7 hier gibt es zu bedenken das ist nicht immer gut aber man muss zumindest das Motiv bedenken und Weiß auch nicht nur Schwarz sondern auch Weiß ob Weiß irgendwie mit dem Vorstoß D5 D6 der muss aber dann kommen bevor Schwarz D7 D6 spielt um das zu verhindern ob das etwas ist was Weiß Vorteil verschaffen kann muss man einfach nur mal das Motiv sehen und Schwarz sollte das ist meine Einschätzung bislang mit Springer G6 und Springer F6 fortsetzen und nicht was ja auch eine Idee wäre erst den F7 F5 und dann den Springer nach F6 also ich habe den Eindruck dass ein zu frühes F5 nicht im Sinne des Erfinders ist oder für Schwarz mehr Probleme schafft als dass es Möglichkeiten schafft warum weil wenn Schwarz ja sehr frühzeitig jetzt oder sehr bald D6 spielen will um eben auch den Vorstoß des weißen D-Bauern gar nicht erst als Option auf dem Brett zu halten dann bringt ein frühes F5 ja doch ein ziemliches Loch auf E6 ja da gibt es noch den Läufer C8 der da hinguckt aber es ist schon ein ziemliches Loch auf E6 und da habe ich zumindest in der Praxis mehr Schwierigkeiten gehabt als dass mich diese vor diese drei Bauern hier D6 E5 F5 die eigentlich ganz gut aussehen als dass die mir einen entsprechenden Vorteil erbracht hätten deswegen ist jetzt nach zum Beispiel naheliegendem weiß E4 erst D6 um diesen D-Bauern Vorstoß vom Brett zu nehmen Läufer D3 und jetzt Springer F6 den schwarzen F-Bauern stehen lassen Springer E2 in diesem Fall jetzt hier gespielt statt Springer F3 Springer G6 Hochhade und jetzt schon Springer H5 denn was man mit den beiden Springern hier schön machen kann von G6 und H5 aus ist auf E4 zu zielen und im Grunde genommen greift auch hier schwarz eher am Königsflügel an und weiß eigentlich eher am Damenflügel aber manche weiß Spieler sehen das nicht so und machen das trotzdem irgendwie anders und dann wird es besonders heiß Springer H5 Chesspace hat dazu gesagt das ist eine Neuerung Chesspace hat darauf verwiesen das ist eine Partie zwischen zwei großen Jungs Botello und Martins aus Rio de Janeiro 2015 gibt wo kurz Hochhade gespielt wurde was ja auch nahe ist A3 dann Springer H5 also offensichtlich war meine Idee nicht so ganz abwegig G3 Läufer H3 das ging dann so weiter und auch hier hat dann Schwarz einen Königsangriff gestartet der dann auch erfolgreich gewesen ist die Maschine selber also nicht Chesspace sondern die Engine die möchte in dieser Stellung eigentlich weder kurze Hochhade noch Springer H5 sehen die will A5 sehen und sieht Schwarz einen Hauch im Vorteil sie will erstmal offensichtlich gegen B4 Vorbereitungen treffen wollen damit kein Gegenspiel von Weiß am Damenflügel startet ja gut Springer H5 Dame C2 Springer H nach F4 Weiß sagt sich ein Springer tausche ich ja und startet jetzt den Angriff mit B4 das ist ja eigentlich auch konsequent aber der schwarze Angriff am Königsflügel obwohl noch nicht ruchiert ist etwas Druck voller allein schon deswegen weil es hier tatsächlich Taktik gibt deswegen verdient B4 tatsächlich und Fragezeichen Schwarz setzt hier mit Dame G5 fort was ja vergleichsweise naheliegend erscheint droht jetzt mal so simpel matt aber es gab tatsächlich noch was stärkeres aber das habe ich dann in der Partie nicht gesehen und das stärkere ist Läufer H3 und das hätte man eigentlich sehen können weil das ja eigentlich auch eher ein Motiv ist das nicht vom Himmelfeld und wo man sich sagt das habe ich ja im ganzen Leben noch nicht gesehen wo man sagt ja stimmt ja logisch Springer auf F4 Bauer auf G2 und es gibt weit und breit keine oder in der anderen Bretthälfte und das ist ja so in der zweiten Bretthälfte tummeln sich die beiden letzten Leichtfiguren die mit verteidigen könnten die sind also ein Ticken weiter weg da ist das ja ein Motiv das schon mal vorkommt das gibt ja auch umgekehrt mit Schwarzen hier den beiden Leichtfiguren Springer auf F4 und Läufer H3 gegen den Bauern G2 sein das funktioniert ja auch dann umgekehrt mit dem Springer F5 und Läufer H6 gegen den Bauern G7 wenn es gegen Schwarz geht oder hier unten das bunte noch ein bisschen verworrener hier ein weißer Springer Schwarz hat ruchiert und da der weiße Läufer und hier der schwarze Bauer denn ja klar Läufer H2 der Läufer H3 der kann ja nicht geschlagen werden weil Dame G4 Schach die sind einfach zu weit weg um sich diesem Schacht irgendwie dazwischen zu werfen und damit ist das Schach so dass es jetzt matt ist und da dem so ist da der Läufer auf H3 nicht geschlagen werden kann verliert weiß entweder den Bauern auf G2 oder die Qualität auf F1 kann ich aussuchen entweder das so stehen zu lassen und dann fällt der Bauer oder aber dem Bauer vorzuziehen fällt der Turm die Qualität kann man sich aussuchen beides aber nicht schön Dame G5 ist aber gut genug oder ist jedenfalls auch kräftig G3 gegen das matt gerichtet und jetzt Läufer H3 ich muss gestehen dass ich in der Blitzpartie noch nie so richtig gesehen habe wie der Angriff jetzt mit Stereotypen Zügen vorangebracht werden kann also ich habe deswegen auch hier so etwas nicht gesehen oder nicht tiefer berechnet das ist wohl die saubere Fortsetzung Springer F3 greift die Dame an Springer H3 Schach König H1 Dame F6 nutzt die ungedeckte Position dieses Springers aus Läufer E2 und dann macht man erstmal hier zieht Schwarz am Damenflügel vor und versucht hier durch Turmtausch auf der A-Linie den Turm von F1 abzulenken und dann sich hier mindestens einen Bauern zu gewinnen König G2 Springer G4 und dann muss der Königs Angriff jetzt auch nicht zum Matt führen man hat ja schon Bauern gewonnen habe ich nicht gesehen und habe mit Läufer H3 fortgesetzt was ja auch erstmal den Turm nach E1 bringt und jetzt kurz hochieren nur nicht hetzen so und Weiß versucht jetzt statt diesem Verteidigungsweg versucht er jetzt mit Läufer F1 entweder den schwarzen Läufer abzutauschen auf H3 oder es irgendwie vielleicht zu schaffen doch noch wie so ein künstliches Fiancetto oder so hinzubekommen weil das bietet sich nach G2 G3 an G2 G3 der Vorstoß des Bauern hat ja wie immer wenn er das macht schwächt die weißen Felder vor dem König und deswegen steht ja meistens spielt man ja G2 G3 um auf G2 dann den eigenen weißfältigen Läufer hinzuführen schittieren aber in dieser Zugfolge hier hat er das ja andere Gründe hat weiß G2 G3 gespielt um das Matt auf G2 zu verhindern Schwarz schlägt den raus was offensichtlich nicht das stärkste war Springer schlägt F1 und jetzt F5 was ich nicht gesehen habe war dass man hier auch bereits F5 hätte spielen können aber das ist ein Engine Zug das hier war für mich noch klar verständlich und jetzt F5 und der Angriff geht ja durchaus noch weiter aber auch wenn er nicht weiter geht ist das ja eine Stellung wo Schwarz aus der Eröffnung heraus sehr zufrieden sein kann denn wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt an dem dieses Loch auf E6 das ja jetzt entsteht wenn man den weißen F-Bauer vorzieht entsteht ja auf E6 ein Loch das aber zu diesem Zeitpunkt dieses Loch überhaupt keine Gefahr mehr darstellt weil weiß überhaupt nicht mehr Figuren hat um irgendwie mit dem Springer über von F3 G5 sich in das Loch reinzusetzen dann ist das egal dann überwiegen die Vorteile des F-Bauern Vorstoßes bei weitem die Nachteile dass hinter ihm ein Schreck rechts hinter ihm ein Loch auf E6 entsteht das ist kein Problem so und hier versucht sich jetzt weiß noch mit einem Verteidigungszug und der geht in die Hose ist naheliegend finde ich den König aus der G-Linie wegzuziehen weil das ist ja nicht nur ein Verteidigungszug ist ja gleichzeitig ein Angriffszug weil jetzt droht der Bauer G3 ja den Springer auf F4 zu schlagen das ging ja vorher nicht weil der König ja den Pfeil besser andersrum machen so herum der König stand ja in der Linie der Dame der schwarzen Dame und der Bauer G3 der dazwischen stand war halt gefesselt aber jetzt kommt der Springer nach H3 jetzt kommt der König wieder raus möglicherweise hätte weiß jetzt gegen Springer F4 Schach und er geht wieder zurück gar nichts einzuwenden gehabt aber muss gar nicht sein schwarz spielt F4 erst F5 und dann noch F4 ja und das ja was fand ich schön dass ich das denn da was jetzt kam die sich jetzt anschließende Kombination die habe ich dann tatsächlich auch gesehen und berechnet weiß kann das noch verteidigen zum Beispiel das Matt direkt vermeiden mit F3 ja damit kann man es noch verteidigen Dame H6 wird angegeben und wenn dann G4 kommt Dame H4 ja ist unangenehm genug also sollte schwarz positionell weiter auf Gewinn stehen zumindest glauben wir das jetzt mal der Analyse der Engine aber das kann natürlich noch in die Hose gehen für schwarz aber weiß hat schon sehr schwer aber ich weiß tut schwarz den gefallen und schlägt den Springer nimmt das Figuren Opfer an weil er sich denkt naja so schnell kann ich nicht matt gehen und dann haue ich einfach mit dem König zurück wieder ab damit 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 genau das nicht passiert spielt man F3 und das ist ein schöner Zug ein schönes matt Bild eine schöne Stellung also ganz wunderbar so was spielt man wirklich gerne jetzt droht einzügig matt also wenn er jetzt versucht hier die Dame zum Tausch anzubieten ist sofort einzügig matt statt um das zu verhindern spielt weiß G4 jetzt sieht es ja nicht mehr nach einzügig matt aus ist es ja auch nicht Dame H6 Schach König G3 wie gesagt das ist wichtig das Fluchtfeld G2 gibt es nicht das versperrt der Bauer F3 Dame F4 Schach König H3 Turm F6 jetzt droht das matt vom Turm Springer G3 scheint das noch zu retten weil jetzt kann sich ja der Springer auf Turm H6 noch schützend dazwischen werfen und wenn man jetzt sagt naja gut dann gewinne ich eine Figur man hat eine Figur geopfert das sozusagen kann es nicht sein kommt vielleicht noch sowas oder so muss aber gar nicht sein weil das Matt Bild wird jetzt umgewandelt statt auf der H Linie matt zu setzen wird jetzt auf der G Linie matt gesetzt durch Turm G6 weil der Springer kann zwar hier zwischen er kann das hier blockieren aber das geht jetzt nicht mehr und dafür brauchte es hier diese Zwischenzüge hier steht ja noch die Dame auf G5 jetzt werde ja auch man könnte sagen man kann jetzt schon Turm F4 spielen um auf G4 matt zu setzen nee dann kann der Springer nach E3 und von da aus das decken und dann ist auch das hier kein matt da fehlt jetzt noch eine Figur zum matt setzen muss aber auch gar nicht sein weil hier in der Stellung gibt man eben nach G4 bringt man die schwarze Dame mit Tempo nach F4 damit das Feld G5 wieder frei wird damit der überhaupt dahin wirken kann und deswegen Dame H6 Schach König G3 Dame F4 König H3 Turm F6 Springer G3 und Turm G6 und jetzt hat weiß noch Dame C1 gespielt netterweise hat also sozusagen mit fliegenden Fahnen untergegangen und Dame schlägt G4 matt ein wunderschönes matt Bild ein wunderschönes matt Bild beide Partien mit wunderschönen matt Bildern und beide Partien Beispiele dafür wie es gehen kann kurz Partien sind ja nie erzwungen es gibt ja keine erzwungene Zugfolge um nach 24 oder 25 Zügen es recht nicht mit schwarz aber auch nicht mit weiß zu gewinnen also da müssen ja schon Fehler passieren aber Beispiele dafür wie man im Dark Night System gegen E4 wie gegen D4 mit einem eigenen Angriff am Königsflügel erfolgreich sein kann es gibt natürlich auch genügend Beispiele wo der weiße Angriff am Damenflügel erfolgreich ist und ein Plattwalz aber das sind hier die Beispiele die einen dazu bringen weiter The Dark Night System zu spielen Schöne zwei schöne Matt Angriffe in zwei Blitzpartien heute gespielt auf ChessTempo.com Blitzpartien mit 5 Sekunden Inkrement also schon was ich richtiges Schach nennen würde und ja war schöne Sache gut das war wäre es für heute erstmal wieder gewesen und dann schauen wir in der nächsten Folge wie es weitergeht mit dem Dark Night System in Theorie und Praxis danke fürs Zuschauen und Tschüsschen ode ads as besuche die TON d width und Monster an die wenn rum zum them auf real set go Vielen Dank.